hallo meine lieben und welcome back bei mir mein name ist steffi und ich bin unabhängige sensüberaterin einen wunderschönen sonntag vormittag halb elf in mitte deutschland in meinem wohnzimmer kaffee das passt alles so farblich hier schön bei mir zusammen also heute mal nicht im bademandel aber dafür in meinem schlaf shirt okay also die woche hat es schon wieder echt in sich gehabt wer mein back to the roots video verpasst hat habe ich da ein loch oder ist das ein tier mein gott das ist ein loch hier ist auch ein loch oh gott ich schaue hier schon wieder aus wie sau also wer mein back to the roots video vergeblich sucht ja ich habe es auch noch nicht gemacht denn also ich habe ja hier wohnzimmer ja logischerweise auch fenster und ich habe am donnerstag wirklich hier schon angefangen meine sachen vorzubereiten mein zeug herzustellen und dann plötzlich sehe ich drüben bei meiner lieblingsnachbarin den notarzt und den krankenwagen da ist mir dann wirklich ein bisschen anders geworden denn ich mag die so gern und ja ich glaube das hauptproblem war also ich muss jetzt schnell darüber reden weil sonst ist bei mir auch wieder vorbei ich denke das hauptproblem war es hat mich getriggert von meiner mom als ich meine mom gefunden hatte und deswegen ich also ich war da den kompletten donnerstag durch den wind und freitag habe ich gleich meinen nachbarn nachdem ich den gesehen habe habe ich mir den gleich geschnappt und gleich gefragt was los ist und wie es ihr geht und das problem ist sie hat osteoporose und die hat jetzt schon seit ein paar jahren immer probleme also die hat auch schon einfach mal ein paar wirbel angebrochen gehabt und so ja ihr ist schwindelig geworden sie ist umgefallen ja und hat sich halt mal gleich beide oberschenkel gebrochen ja also die ist an donnerstag gleich noch fünf stunden operiert worden aber die ist jetzt auf dem weg der besserung was also ja ich habe auch schon wieder puls jetzt wenn ich jetzt davon rede aber es ist alles gut alles gut ist zwar jetzt eine langjährige geschichte aber sie ist auf dem weg der besserung ja und deswegen wie schon gesagt weil mich das echt so ein bisschen getriggert hat ist ich war also wirklich am donnerstag ich war dazu nichts mehr zu gebrauchen und ich hätte ich hätte nicht mal ansatzweise irgendein video machen können sehe ich wieder ich habe gerade mein semmelknödelteig gemacht denn es gibt selbe gemachtes semmelknödel mit sauerbraten weiß ich allerdings noch nicht ob ich viel essen werde weil es ist hier schon wieder das ist jetzt schön das schöne angenehme hier im haus durch mein granit hier ist es schön kühl und draußen ist es schon sagt also ja also so viel zu einer woche also ich hole mein video definitiv nach also keine angst aber wie schon gesagt am donnerstag ging es wirklich nicht es ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren ich konnte mich auf gar nichts konzentrieren also ich habe was angefangen und habe immer wieder so zum haus rüber geguckt habe ich ob sich irgendwas tut ob ich irgendwas sehe ja und ich glaube das schlimmste für mich war ich habe in dem moment rüber geguckt wo sie sie gerade rausgefahren haben und also sie hat wirklich schrecklich ausgeschaut also wirklich also ich habe echt gedacht das ist also alles jenseits von gut und böse und ja es war echt ein unerwarteter trigger aber gut da muss ich durch es ist ja nicht so dass ich am am montag auch schon bei meiner bei meiner nagelzahn durchsäulen angefangen habe also ja also also ich habe gut jetzt ich muss ich muss wirklich aufpassen also ich habe kein problem damit von meiner mama zu reden also sie ist jetzt es geht jetzt ins sechste jahr wo sie tot ist aber wenn ich von mir aus rede ist es bis zu einem gewissen grad okay aber wenn mich so was wenn was mich so so unvermittelt trifft also absolut ohne vorwarnung ja dann brechen alle dämme und ja ich muss jetzt wirklich ich muss jetzt muss jetzt ein bisschen aufpassen also deswegen ihr braucht euch jetzt hier dann nicht mein psychisches seelenleben anhören denn was habe ich erwärmt es ist es ist ein bisschen was ist es echt ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ja ein bisschen ein bisschen wir mit was fangen wir an wir fangen an ach ja genau mit dem cinderella happily ever after der ist ja so der ist wirklich der ist der ist also wirklich der ist blumig aber richtig krass blumig also der ist wirklich sehr intensiv man muss auch ein bisschen aufpassen also wenn man so ein bisschen kopfschmerz gedingst ist dann sollte man nicht zu viel reintun weil der haut wirklich rein also der haut wirklich rein und der ist richtig krass extrem wir haben entdecken sie ihr märchen mit einem ende wie aus dem bilderbuch in einem süßen und romantischen bouquet aus gardinien vergiss mal nicht und frischer zitrone es war echt für die temperatur richtig geil ich hatte leider nur noch drei würfel ja aber ich liebte ich liebte ihn wirklich dann ach wir machen jetzt erstmal die ganzen disney hier die ganzen disney und zwar habe ich mich durch getestet durch die sensi bar comeback früher auch bekannt unter bring back my bar den aladdin den arabian nights also macht euch keine gedanken über meine frise das ist früh aufgestanden zusammengebunden fertig ich muss habe ich jetzt langsam mal was nachrasieren also der ist also wenn man wenn man so ran riecht ist er riecht das wirklich so schwer parfümig dunkel aber was mich echt ein bisschen enttäuscht hat als er in der lampe war hat man den nicht lange gerochen also der ist wirklich nur so krass in der packung also jetzt auch immer noch obwohl es leer ist aber in der lampe schwächelt er ein bisschen wir haben begeben sie sich auf eine exotische reise durch warmen sand und genießen sie die sanfte brise mit dem duft von berger motte lang lang und kristallisierte muschus dann der nächste das bambi der twitter pettet also der wäre ja echt wieder so die kategorie natur ich finde jetzt einfach die kategorie natur also meine kategorie natur also der ist auch so der hat der hat was spritziges das ist auch so kennt ihr das die brille macht mich heute echt wahnsinnig kennt ihr das wenn ihr früh vor allen anderen menschen also die meisten hundebesitzer werden wissen was welche tageszeit ich meine also sprich wenn doch kein mensch auf der straße unterwegs ist früh und ihr lauft da so an der wiese entlang und der tau auf der wiese das macht mich jetzt echt wahnsinnig was ist denn da so der morgen tau das riecht ja früh immer so richtig extrem frisch also die die luft hat sich quasi über nacht erholt und so ein so ein gefühl kriegt man da dabei also das ist wirklich so zu dieses so ein bisschen spritzig und dann dieser dieser ja dieser geruch von wirklich nasser aber frisch gemähter wiese das ist ist echt der ist echt richtig richtig geil der frühling liegt in der luft und bezaubert sie mit einer mischung aus sonnengereiften zitronen morgentau und satten wilden moos und moos finde ich riecht man auch richtig schön raus und deswegen ist er echt aus so ein richtig schöner natur duft richtig richtig schön dann haben wir den frozen 2 a dance of autumn also ja an meinen northcalls und vor allem an meinen sven kommt ja keiner ran aber der ist der ist so ein typischer wirklicher herbst duft also wer so eben mit so kürbis dürften und älteren äpfel dürften was anfangen kann ich sag's jetzt mal so ähm der ist mit dem duft echt gut bedient ja man riecht halt irgendwie nur zermatschte äpfel und in der lampe finde ich den jetzt auch nicht so toll weil dann wirklich dieses zermatschte apfelmost geruch ist ja also ich bin einfach für die für solche düfte bin ich einfach nicht gemacht ich mag auch wirklich diese kürbis düfte mag ich gar nicht ich liebe kürbis zum essen ohne scheiß aber ich mag nicht riechen also nicht in der lampe also ja es ist einfach frische apfel duft noten wehen in der waldluft und fordern die herbstblätter zu einem tänzchen so das war der haben wir jetzt noch entschuldigung katze ja den haben wir noch da habe ich sogar noch ein bisschen was der happy hibiskus als der damals der war ja regulär im katalog müsste jetzt lügen war das 2019 oder 2020 ich liebe den also ich liebe den ja jetzt immer noch aber ich habe den im schlafzimmer getestet in meinem kleinen bist und ich hatte ja anderthalb würfel maximal zwei also nicht komplett zwei würfel ich bin dann abends ins bett und habe mir noch gedacht warum leuchtet die lampe also dass das rote kontrolllicht denke ich mir mein sven schaltet meine bessere hälfte immer aus wenn er ins bett geht aber nicht den ja ich habe dann festgestellt warum weil man ihn fast nicht gerochen hat also es kam wirklich immer nur so ein ganz leichter hauch wirklich minimal ab da wo das wachs geschmolzen war also ich hatte den eigentlich wirklich in erinnerung dass der richtig reinhaut ich werde den test natürlich noch mal machen ich werde mal drei würfel nehmen mal schauen mit drei würfel weil ich will eh noch betten überziehen und ja da kann ich das dann aber der ist wirklich ich mag ja wirklich bis kurz also die blumen ich muss ja da wenn ich hibiskus irgendwo sehe ich muss ja immer meinen rüssel reinstecken also ich komme ja ich vor so wie eine biene aber ich muss die einfach riechen weil ich den hibiskus duft von den von den blumensträuchern ich liebe den ich liebe den wirklich und es riecht einfach geil es riecht einfach geil hibiskus blüten sind über eine milgen putrigen moschus duft verteilt und flüstern zart wie eine sommerbrief ja also es wäre wirklich schade wenn der sich so entwickeln würde dass dass ich den echt nicht wahrnehmen also fast nicht wahrnehmen aber wie schon gesagt ich werde den noch mal testen weil der ist wirklich gut der ist wirklich wirklich gut es ist so ein richtig schöner sommer duft und mit diesem moschus habe ich ja eh so und es ist wirklich so ein bisschen so ein bisschen pudrig ja also es ist so pudrig blumig schön ach Gott die passen heute alle zu mir die passen heute zu mir soll ich die Haare doch pink machen ha ok von Haaren fange ich jetzt gar nicht mehr an weil sonst komme ich jetzt hier wieder wieder rede ich hier mich dann hier wieder um Kopf und Kragen mit meiner schwerwiegenden Haarkrise in der ich mich momentan befinde aber ok ähm das sollte mal nicht euer Problem sein als nächstes habe ich auch leer gemacht den Sugar also der ist ja so 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 zucker wattrig süß ich habe jetzt echt die duftbeschreibung nicht mehr weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte dass ich da noch was da habe ich habe den letztens rausgekramt also der ist wirklich der ist der ich glaube wie heißt es mit ich glaube gelbe Zuckerbonbons Zitronenbonbons irgendwie so in der Art der ist auf jeden Fall der ist süß der ist wirklich so so eine Mischung zwischen ich weiß nicht Zuckerwatte äh puren Zucker äh Wandelzucker alles also alles was ihr euch an Süße vorstellt ist in diesem Duft drin und ich finde ihn einfach gut der ist also wäre echt der könnte eigentlich wieder in die Kategorie Bäckerei aufgenommen werden wäre ich schwer dafür mein Kaffee ist auch gleich schon wieder leer dann jetzt muss ich hier mal ein bisschen nee wir machen jetzt erst einmal den wir machen erst einmal den wenn ich den denn finde dann habe ich auch leer gemacht meinen Black Raspberry Vanilla der ist wirklich so ein dunkler dunkler Beerenduft mit so einem Hauch Vanille und der ist mega fruchtig also der in der Lampe ist wirklich mega fruchtig und der schöne Effekt dass die braunen Flecken ähm wenn das geschmolzen ist aber man muss das dann im flüssigen Zustand ähm sauber machen das Schälchen das habe ich auch schon getestet äh weil der ja unschlagbar gegen diese braunen das sind Ölrückstände die sich bevorzugt in hellen Schälchen aufhalten also in meiner Tinkerbell ist es momentan ganz schlimm ich meine ist ja das schöne Bild von der Tinkerbell und wenn da dann immer diese braunen Flecken sind da kriege ich echt einen Vogel da kriege ich echt einen Vogel und eben der ist eben so das die Geheimwaffe gegen diese braunen Flecken aber man muss dieses Wachs dann eben eben mit unserem äh Karten Cleanup Pad oder mit Watte oder mit einem Kleenex whatever äh wie ihr das auch immer macht im flüssigen Zustand rausholen und dann ist das Schälchen auch wieder schön also nicht komplett aber ich muss wirklich sagen also der Großteil ist echt weg also durch diesen Duft und der ist wirklich ach der ist echt so schön bärig bärig fluchtig und ich kriege Hunger köstliche sonnengereifte Beeren mit einem Hauch von Vanille ist ein Bestsellerduft übrigens dann muss ich hier dann mal umblättern wo ich den wo ich das hingeschmiert habe äh bin ich jetzt ja ich hab's ja ich hab's ja hier in der Hand aus der Sommerkollektion habe ich getestet den Pineapple Dragonfruit also ich hab ihn bei mir in die Gästitoilette reingeschmissen in meine Seashore Lampe und ich muss wirklich sagen ich hab den jetzt über eine Woche drin und ich riech ihn immer noch also von der Duftintensität also jetzt in meinem kleinen Klo ist der wirklich unschlagbar also das also man riecht dieses man riecht dieses ähm spritzig zitronige ähm und ähm teilweise ist es echt ein bisschen zu spritzig aber dann kommt echt so wieder dann so ein bisschen Schwall Süße also er ist wirklich annehmbar also im Gegensatz zu dem Tangerine und Sugarcane der ja bei mir gnadenlos durchgefallen ist im erwärmten Zustand aber der Pineapple Dragonfruit der ist echt also ich bin wirklich überrascht ich bin vorne erst wieder rein hab mir gedacht boah der riecht immer noch hab ich selten dass der wirklich eine komplette Woche durch riecht aber das ist eben dieses dieses also ich denke mal das ist diese Mischung zwischen Zitrone und dieser Drachenfrucht äh eine quirlige Mischung aus Ananas Drachenfrucht und spritziger Zitrone glänzt mit einem Hauch von Kristallzucker also da ist aber wirklich die gute Mischung ne also spritzig und dann äh dieses Zitrische und dann kommt wieder so ein Schwall von dem Süßen hat mich echt überrascht ja schade den gibt es nicht als Pott hm dann habe ich hier habe ich den der steht auch hier drin aus meiner Sale-Bestellung der Strawberry Basel aus der Gartenkollektion live sein ich muss also ich habe ihn also man hat ihn wirklich wahrgenommen aber ich bilde mir ein damals wo die Kollektion rausgekommen ist wo ich die mir damals mit geholt hatte ich glaube über den Club war das damals weil ich wollte nicht die komplette ähm da war der echt ein bisschen intensiver also ich hatte ihn auch wieder in der Küche und da hatte ich ihn ja das eine Mal auch drin wo ich den zum ersten Mal getestet hatte und da hat er mich ja echt umgehauen aber diesmal ich weiß nicht ich muss den ich muss den nochmal ich muss den nochmal testen dass da also weil da muss ich jetzt sagen da war wirklich der ähm der Pineapple Minz war da echt besser also man riecht die Erdbeeren es kommt auch der Minz äh der 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 Basilikum äh Geruch durch aber der ist nicht so intensiv wie ich ihn in Erinnerung hatte ähm muss ich nochmal testen wir haben frisches grünes Basilikum garniert Erdbeere und Himbeeren für eine verträumte Gartenstimme na als Pott wär der bestimmt auch gölb ja ich bin ja da momentan so mit meinen Pots beschäftigt äh hab auch noch schwer äh also ja so einen so einen Pott sag ich jetzt mal oder die zwei Pots mit den 240 Stunden den wirklich mal auf dass man da nichts mehr riecht leer zu kriegen ist echt eine Hausnummer also wie schon gesagt ich schlepp ja meinen Go momentan überall mit hin also das ist ich muss ja auch zuweiter Schande gestehen das ist bei mir wirklich so ein so ein Frühlings-Sommer-Produkt äh aber ich ich hab den im Auto ich hab den in der Arbeit teilweise stehen äh ich hab den teilweise hier am Tisch mit stehen oder am Laptop wenn ich da irgendwas mach äh ja also hab ich bevorzugt immer noch in dem einen meinen Pink Sugarberry Mint der riecht nicht so gut und den Blue Grotto also wenn ich euch Pots empfehlen kann wirklich den Blue Grotto oder dann den Lemon Verbena wenn es jetzt dann in die Mückenzeit geht ähm aber der Blue Grotto der ist schon echt geil also der ist wirklich geil und ähm muss ich mir echt auch mal wieder Wachs holen fehlt mir ein bisschen ja muss mich mal mit Blue Grotto eindecken so das ah das war's jetzt von mir ähm ich will mich nochmal bei allen bedanken die mich so tatkräftig bei der äh Sommer Challenge ähm unterstützen äh ich hab ja da die Aufgabe von Sensi ist ja quasi der dritte Teil von einer Incentive ähm 100 Wachsbars und 25 Pots zu verkaufen also die Bars habe ich jetzt schon fast komplett ähm fehlen mir aber noch ein paar Pots ähm danke 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 und ähm ähm ich hab mir da was richtig geiles überlegt wenn ich das wirklich schaffen sollte ähm also da dürft ihr wirklich gespannt sein also jeder der mich da unterstützt hat mit einer Bestellung ähm ich hab da was richtig geiles vor und äh äh ja diese Incentive geht noch bis zum 31.7. also wer noch ein paar Pots braucht oder äh Bars braucht gerne auf meine Seite www.blackheaven.sensi.de oder äh äh ihr dürft auch gerne mir über WhatsApp Bescheid sagen ähm wenn ich eine Sammelbestellung ich hab meistens so ja so einmal in der Woche hab ich eine Sammelbestellung da ist dann der Versand billiger äh zumindest von mir zu euch ähm und ähm dürft ihr sehr gerne weiter einkaufen und wie schon gesagt ich hoffe es scheitert nicht an den Pots ähm wär wirklich tragisch weil das wär dann zumindest ein Teil weil diese Incentive hat sich ja in drei Teile äh äh aufgesplittet dass ich dann wenigstens den dritten Teil von überhaupt von einer Incentive mal geschafft habe und ähm da bin ich jetzt schon mega happy wie viel wie viel da jetzt schon zusammengekommen ist von äh Wachs und Pots und deswegen ich ich werde es natürlich äh verkünden wie ich das mache aber allerdings und ähm es sind ja auch meistens nur meine äh äh da werde ich das in der whatsapp Grube natürlich verkünden weil das sind wieder so Sachen das darf man nicht öffentlich machen und deswegen in meiner vip whatsapp Grube und wer da noch hinzustoßen möchte und eine neue Duftbraut sucht darf sich gerne bei mir melden und der bekommt dann den Link von mir und dann ähm ja es wird auf jeden Fall richtig geil was ich da vor habe ich freue mich da wie Sau und ähm ja wie immer wenn euch das Video gefallen hat lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides ich freue mich immer riesig und in diesem Sinne habt noch einen wunderschönen Sonntag ich muss jetzt schnell noch Wäsche waschen weil gestern hat es ja auch geheißen es regnet nicht ja und was war ständig ist mal ein Schauer runtergekommen ja gut ich habe meine Wäsche trotzdem draußen hängen gelassen die ist dann auch trocken gewesen und ja jetzt dann einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns spätestens am Donnerstag wieder macht's gut gut